Der Frühling hält Einzug und erfrischt nicht nur die Natur, sondern auch die Gemüter. Fürstin Gloria von Thurn und Taxis ist ohnehin bekannt für ihre positive Ausstrahlung. Doch die scheint die aufblühende Jahreszeit und vor allem diese besondere Gesellschaft noch einmal mehr hervorzuheben. Der Frühling beginnt. Die Frühling beginnt. Der Frühling beginnt an. Die 60-Jährige postet auf Instagram dieses wundervolle Video mit ihrer Mutter, Fürstin Beatrix von Schönburg-Glauchau. Eine wahre Seltenheit, denn so privat bekommt man die frohe Natur nicht oft zu Gesicht. Umso schöner nun diese Aufnahme des adeligen Mutter-Tochter-Duos zu sehen. Gloria schickt in fünf verschiedenen Sprachen Frühlingsgrüße in die Welt. Unter anderem auf Französisch, Englisch, Portugiesisch und Spanisch. Und auch Glorias Mutter lässt es sich nicht nehmen, ebenfalls einen Gruß in die Kamera zu sprechen. Ja, die royalen Damen sind echte Sprachtalente. Wie schön, dass Gloria diese tolle Aufnahme an der Seite ihrer Mutter mit der Welt teilt. Beide feiern in diesem Jahr einen runden Geburtstag. Fürstin Beatrix ist im Januar 90 Jahre alt geworden. Tochter Gloria hat im Februar ihren 60. Geburtstag zelebriert. Zu feiern gibt's auf Schloss St. Emmeram, also dieses Jahr, genug. Und dass das die beiden sehr gut können, haben sie bereits in der Vergangenheit mehrfach bewiesen. Wie hier bei den legendären Schlossfestspielen in Regensburg. Auch Jahre später sind die beiden immer noch ein tolles Duo. Das beweisen diese wundervollen Frühlingsgrüße ganz eindeutig. 을 hast Sie mich noch einiges Wohnung mehr gemacht. Hast du noch zweiset Flemmen? Willst du nochelles? Um, als ich Popolize, habt alle항ätze Leo und legeben.